Filmmagie ist Filmmagie und Schauspielmagie ist Schauspielmagie. Mein Vater sagte immer, wenn dich das erste Mal jemand Ochsen nennt, hau ihm auf die Nase. Wenn dich das zweite Mal jemand Ochsen nennt, nenn ihn Vollidiot. Und wenn dich das dritte Mal jemand Ochsen nennt, dann wird's wohl Zeit, sich nach einem Kuhstall umzusehen. Wir haben die Pflicht, stets die Folgen unserer Handlungen zu bedenken. Wer sich alleine langweilt, ist auch zu zweit nicht sehr unterhaltsam. Eines der größten Dinge, die ein Drama im besten Fall tun kann, ist die Neudefinition von Wörtern, die wir täglich benutzen, wie Liebe, Heimat, Familie, Loyalität und Neid. Die Tragödie muss kein Wermutstropfen sein. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Strategie. Ich warte darauf, dass das Drehbuch im Briefkasten landet und mich völlig überrascht. Auge um Auge führt nur dazu, dass die Welt erblindet. Ich billige keine böse Tat, zu welchem Zweck sie auch geschehe. Ich glaube, dass man sich in der Komödie schlechte Angewohnheiten aneignen kann. Es ist eine Gratwanderung, der Figur treu zu bleiben, der Ironie treu zu bleiben und die Ironie zuzulassen. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Friede ist der Weg. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020